Trinkt so viel wie möglich Wasser aus Glasflaschen, nicht aus Plastik. Auch da gibt es hunderte Studien, wie wichtig das ist auch auf unsere Psyche, auf unseren Organismus. Wir bestehen ja zu größten Teilen aus Wasser. Die zwei besten Wassermarken, die ihr kaufen könnt. Erste, Black Forest aus Deutschland. Da mache ich jetzt heute einfach mal Werbung hier dafür. Grüße gehen raus. Einen Mikro-Siemens-Wert von 55. Und das Beste Europas ist Lauretana. Die Lauretana-Quelle ist nachweislich das reinste Wasser, das wir hier in Europa haben.